hallo und herzlich willkommen zur 77 folge von forza horizon 4 heute fahre ich einen subaru brz aus dem jahre 2013 oder die beiden schwester modeller toyota gt86 und skyen frs für den ich glaube nordamerikanischen markt ein sportwagen soll das sein der sportwagen heißt nicht 500 irgendwas ps und sowas und 300 kammer top speed das ist auch ein sportwagen genau wie ein mazda mx5 wird ja auch als sportwagen zählen als offenen sportwagen zumindest das ist gutes stück hier natürlich subaru typisch hier einen boxermotor 2 liter hubraum frei atmen 200 ps knapp über 200 judenmeter und hoffentlich viel spaß handgerissen sechs lang getriebe gucken wir da so kann geht aber einiges genau jedoch einen body kit zu einem wunderschönes rocket bunny kit ist natürlich ziemlich böse aussieht aber will ich nicht aufladen ist man nicht allrad auch nicht heckantrieb ist ganz in ordnung und acht um eine gute eine ziemlich große auswahl an motoren und zwar können wir hier einbauen einen 3,2 liter reinen sechszylinder müsste von bmw sein einen zwei liter boxermotor auch von subaru wahrscheinlich aus einem älteren wx vielleicht natürlich der v8 ist klar turbo rally motor wieder als boxer wahrscheinlich auch von subaru und noch einen boxermotor von porsche ich mein warum nicht der motor aus dem g3 rs kann man machen wir machen heute aber nicht das ist mir 650 minutenmeter ich meine wir wollten die auto bauen also brauche ich auch keine motor ein 8 auch nicht sechs zylinder werde ich jetzt auch nicht so wirklich lust drauf nehme ich mal hier zwei liter rein boxer flat for turbo 207 kw ist glaube ich auch gar nicht mal so schlecht von der leistung her und wir haben eine große auswahl an schützen hier vorne ob es jetzt gar nicht mal so schlecht aussehen ok das sieht es ist ein bisschen mazl mäßig auswendig was gefällt mir gut so theke der hier schon sehr wie sich eine kleiner dezentere theke die auch eigentlich ziemlich geil finde die gefällt mir nicht nee das ist weniger als serie das ist eher so zum driften gedacht dies mir auch zu viel das sieht scheiße aus oder auch das eine serie wo die endrohre die sind putzig glauben wir kassier die reifen meinigen das hat aber fahren reifen so ganz so kleinen dass ich flaps oder so hinten glaube ich eher so seitenschweller die sind alle relativ ähnlich aus dann nehmen wir mal der war den hier oder habe okay auch mal nicht da waren sie doch so schon in der serie eigentlich ganz nett aus so spruch verbreiterung auf jeden fall könnte sogar hinten noch einen ticken weiter vorne machen wir ja auch erstmal rein weil ich erstmal erwarte tiefer legen weil bus modus würde ich nicht haben bremsen weil ich gar nicht wie an bremsen überhaupt haben möchte ich mache es mal keine bremsen rein aber tiefe muss sein sport rennen meinte das ist der bus modus neun tausend tatsächlich ist aber auch schon tief da war das ist ohne wackel von die kittes ist das schon samtlich gewichtstechnisch ja es sieht schon mal nicht schlecht aus die kümmer dicke kupplung rein und renngetriebe betriebswelle machen wir erstmal nicht selber brauchen wir sind definitiv breitere reifen der wagen wird auch vielleicht noch ein bisschen leisten bekommen aber das sieht wirklich ziemlich schmal aus da vorne 215er ich mache ja 245er das sieht doch ein bisschen besser aus machen wir hinten 250 ja wenigstens das aber ja felgen größe 17 zoll das ist ja ganz süß für der wagen der kann doch schon ein bisschen auf die große machen also sieht schon brutal aus also da kann auch denke ich mal tiefbett vertragen wenn es gut aussieht da können schon sehr spezielle felgen drauf was zur helle alter ich habe auch schon vielleicht felgen im kopf wo ich mir denken könnte dass sie gut aussehen doch nicht ach du heilige ne gibt es keine guten aber ich denke hier werde ich fündig die kann ich mir vorstellen die gehen noch schön weit nach innen mal gucken wie mag ich die hier hatte ich auch mal in horizon 3 auf dem erfüllt sich drauf fahrer 40 da haben wir einige auch geschrieben dass sie die links nicht so weit finden oder mir gesagt oder auch kumpels zu den gesehen haben kacke aus fabian das sieht doch voll geil aus wo ist euer scheiß problem ich kann auch was das licht kommt gerade ein bisschen blöd ich gucke mal von der seite vielleicht dann habe ich die fälle größe neunten zahler passt auch ich finde die müssen auch gar nicht größer das ist schon in ordnung wunder der eine leistung neben denn schön ist dann müssen wir ja druck mit allen goldenen machen und vielleicht noch ein ausbruch wenn der noch d抗klasse bleiben würde der sollte da eigentlich nur das kann auch mal gucken wegen reifen welche reifen da drauf hat ok schlechte reifen da drauf sehr schlechte wenigsten straßenreifen und wenigstens die drauf ist ein bisschen es bringt und vielleicht noch 256 kw fast 500 newtonmeter 1,3 tonne aber unter 1,3 tonne das ist schon das ist verdammt gut noch weniger gewicht ich meine das ist ja wirklich schon ziemlich sportlich einfach mal versuchen die reifen sogar wegzulassen halt noch die leistung wieder rauszunehmen das hat also um die 360 370 ps das ist schon viel ich nehme mal leistung raus hier aber dafür andere teile rein ich mache jetzt mal ob ich die reifen aus ich will ja mal wieder auto auf b klasse fahren dick mal die reifen sollten vielleicht auch für die leistung reichen wenn ich jetzt 300 und das ps ab so ich noch mal kurz aus 235 kw 447 newtonmeter also 235 mal 1,36 also die 319 318 ps wird oder 1,35 also 318 ps ungefähr sollten das sein ist eigentlich das ist nicht wenig ne schwung scheibchen 1208 kilo ist ja nix wir lassen den so das passt so was ich aber nicht so lassen werde ist die außenfarbe natürlich subaru blau klar leuchtet ein aber nicht so oder einen helleren blau ton vielleicht so sie reden jetzt haben wir blau ein dunkleres blau ist auch geil aussieht rot okay das ist mir ein bisschen zu extrem schwarz geht auch also grau silber und kommt ein ziemlich komisches weiß das ist mir meine eigene farbe orange vielleicht nicht ein helles orange nicht ganz so hell und nicht ganz so farblos das steht im wagen glaube ich nicht so aber dann die richtung hier wie ein grünton ich denke ein helles blau würde schon ganz gut aussehen mal jetzt lila vielleicht obwohl wenn das rot nicht so kräftig ist könnte das auch gut aussehen ich könnte vielleicht nur rot sogar machen mal voll kann auf eins ja mache ich erst mal so felgen das wäre das seite schätze ich mal der rand da hier sieht man nicht wirklich so wir machen jetzt die felgen ich würde sogar vielleicht die farbgruppe 1 ist hier die speichern würde ich sogar so lassen nur das felgenrohr oder den rand daneben rot geht schon mal gar nicht wenn wir mal irgendeine orange und wenig fahre ein bisschen mehr kann schon das sieht richtig bescheuert aus mit weißem rand kann man das so machen ich mache es einfach mal das tut ich denke der wagen sieht so ganz gut aus und schnell genug sollte er eigentlich auch sein so deutlich langsamer als die autos aus den letzten folgen aber immer noch vielleicht zu meinem auto schnell ja gut vielleicht zu meinem auto sind wohl nur 90% aller autos im spiel schnell so das rot das gefällt mir ja den weißen felgenrand ich weiß nicht ich weiß nicht das war für mich geil der hat muss dunkler ich mache dir nicht schwarz aber dunkler die letzte 0,5er 0,4er das war 0,5er das ist schon mal nicht serie aber dunkler nochmal 0,5er 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 das ist keine fünf oder fünfeinhalb meter schiff das ist noch ein eher kleines auto das haut der war geil aber klingt auf jeden fall nach einem präsermotor ja jetzt passt es ey 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 mein meine fresse ey ey ein sound 5,3 auf 100 not bad jetzt schafft er ja bestimmt ich habe es gar nicht gesehen 2,70 2,80 könnt ihr ja schon schaffen ne wenn man den pinsel macht die durchdrückt ja klingt realistisch 70,2,80 würde sogar eher sagen 2,80 das sehe ich ja gleich gehen können definitiv länger als serie 2,80 2,80 vielleicht sogar was achtmalige 294 klamotten dem eimer oh mein aber ich glaube da wird nicht auf dem b-klasse bleiben der wagen ist hier nämlich nach neuen reifen ganz schön jetzt sogar sportreifen ich glaube die bremsen baue ich auch gleich ein wenn wir schon mal dabei sind ok b-klasse nein das kannst du knicken witzig würde sich in dem falle nicht so nice waren bremsen her gut wenn schon denn schon ne und ja reifentechnisch ich würde sogar vielleicht sagen gleich sportreifen dann war zwar ordentlich punkte aber naja erfährt er sich wohl deutlich besser so versuch nummero 2 so mal gucken wenn jetzt schon wird sich schon deutlich angenehmer ok machen wir mal ein rennen kommen rundstrecke nehmen wir jetzt das hier oder das hier ich glaube wir sind das hier schon lange nicht mehr gefahren wir können auch noch ein bisschen das hier in 400 metern rechts abbiegen ja doch rechts abbiegen geil und er geht ab ich will mal einen schönen start entlegen die erste gang ja ist zum anfahren die griff ist da eher nicht so da und diese super fahrer und mini fahrer in 400 metern rechts abbiegen rechts abbiegen übersprungen kann auch 200 metern scharf links abbiegen scharf links abbiegen das war zu viel und die optik gefällt sich auch sehr gut das war nicht zu übertrieben das kannst du auch im drift darauf machen weil er ist ja noch ziemlich human du hast ein ziel was die letzten starten angeht dann würde ich gerne bei seinem drift auto machen oder sportsgas haben wir ja also daily driver kann man dann sportsgas oh naja drei ründchen ja bei so einem 700 ps drift auto kann auch gerne den dicken spoiler aufmachen von top drift war da glaube ich irgendwie top irgendwas aber bis zum wenn man den so aufbaut eher unpassend mit 300 irgendwas ps auto da war kein rocket bunny kit äh 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 ne beim nächsten mal vielleicht auch ich bin ich aber auf jeden fall leichter als einen tt das weiß ich auch an 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 Das war Dirty Light, da kostet 200-300 Kilo. Das sind noch relativ große Grip-Probleme. Das muss passen. Das ist noch relativ große Grip-Probleme. Das ist schon besser. Nee, die Nummer war eigentlich böse. So, vierter Platz, ist noch Podium drin. Etta. So lange bei etwas schnelleren Kurven, nicht so gut. Ich bin hier immer noch sehr, sehr weit raus. Relativ instabil. Was war denn hier vorne? Ist das denn morgen? Ja, eher wo Supersports oder so, wie der heißt. Kommt da vorne, macht was Schönes. Zankt euch. Mit treten. Natürlich. Die imaginäre Kante. Von 200 auf 0 in einer Sekunde. Für die Kurve gehen so letzte Runde anfahren. Okay. Das war ein bisschen zu weit in. Na komm, nochmal. Puah. Nein. Du bist da. gar nicht ich jetzt noch den morgen doch es ist ja morgen gleich sehen den tt übrigens auch okay das war meine theke und kurve geht auf jeden fall nicht voll zum glück okay war morgen ja morgen genau natürlich ein bisschen noch bei auch ein sehr geiles teil und zeit meiner die wahl ja gegen das zu kai war es die beste aber trotzdem war sie nicht gut da haben sie geil aus eine büte ist schon böse ok 25.000 bald wieder zehn millionen aber leider keinen real spin so dann war jetzt auch schon schluss heute also vielen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns hoffentlich beim nächsten mal wieder vielleicht morgen 18 uhr also bis dann und